Sie möchten ein Ticket für das DocFest München 2022 kaufen? Dann wählen Sie in unserer Programmübersicht einen Film aus. Klicken Sie auf der Filmseite auf den orangenen Button Ticket. Nun haben Sie die Wahl zwischen einem Ticket für das Online-Programm und Tickets für die Veranstaltungen in den Kinos und Spielorten in München. Wenn Sie ein Ticket für unser Online-Programm wünschen, wählen Sie in der Übersicht der Spielungen bitte Online sowie die gewünschte Ticketanzahl aus. Mit dem Klick auf In den Warenkorb bestätigen Sie Ihre Auswahl. Klicken Sie nun bitte zur Kasse und geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und gerne auch Ihre Postleitzahl für unsere Publikumsstatistik ein. Nach dem Klick auf Jetzt bezahlen können Sie einen Zahlungsanbieter auswählen. Nach Abschluss des Zahlungsprozesses erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail zugeschickt. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner. Auf Ihrem Ticket finden Sie Ihren Ticket-Code. Diesen können Sie, sobald der Film online zur Verfügung steht, bei der nächsten Anmeldung eingeben. Sobald Sie den Film anschauen können, erscheint im Videofenster der Button Play. Allerhöhlenčke Ich bin auf Ihren Ticket-Code. Hier ist Ihre unde die Beispiele. Je bin auf Ihren Ticket-Code. Je bin auf Ihren Ticket-Code. Das ist meine Ticket-Code. Ich bin auf Ihren Ticket-Code. Ich bin auf Ihren Ticket-Code. Vielen Dank.